Am Telefon! Meier! Spinnst du jetzt? Du kannst ihn jetzt telefonieren. Was? Biogasenlange ist dran. Ist was kaputt? Oh, ich muss füttern. Du kannst nicht füttern. Nein, nein, nein! So ein windiger Trick! Kannst du dir das gute Bild in die Biogasenlange nicht schicken? Ja, meint. Doch, das ist immer mein Flötenständer. Ja, jetzt haben sie wohl nichts. Ich würde auch nicht sagen, das ist ein Flötenständer. Ich würde auch nicht sagen, das ist ein Wanken. Ja, so kann man es auch nicht sagen. Das ist natürlich ein Trick. Da hat er vorne an der Gürtelschnalle einen Magneten. Holzmagneten. Drum holt's! Drum holt's! So, jetzt sind sie los. Weil bei uns der Wind so weit bau ich mir jetzt ein Winterrad stimmt schon. Aber ich brauche noch ein bisschen eine Melodie. Das ist ein Lied, da braucht man eine Melodie. Das ist ein Lied, da braucht man eine Melodie. Das Windrad, wird sich anbinden. Also, mir fällt's nicht nur an der Melodie, mir fällt's ein bisschen an der Energie. Steckt's euch mal da oben bei Meier, der hat frisch aufgefallen, der läuft ein Tausendmal. Probieren wir's nochmal. Weil bei uns der Wind so weit bau ich mir jetzt ein Windrad. Windrad. Herrlich! Wenn dann der Wind wärt, dreht sie mein Windrad. Jetzt hat sie's. Gott macht den Strom. Windrad. Gut fürs Atom. Gut fürs Atom. Ja, wir sind halt nur Atom. Wir sind alle Atom. Wir sind alle Atom. Wir sind alle Atom. Das hat ein Windrad. Nur fürs Atom. fürs Atom. Fürs Atom. Fürs Atom. Jetzt braut ich immer Spohn. Wenn sie mein Windrad am Hausdach drohen. Die Sonne scheint hier Tag für Tag. Darum klatsch ich mir Solar aufs Dach. Das ist doch schick. Foto. Foto. Das kennen Sie. Und immer schneller. Red mei. Foto. 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 afloade. Der ganze Mais kommt nicht in das Schweiß. Scheiß mit Schweiß! Nein, wer macht mein Stroh? Weil ich im Supermarkt alles andere kaufen kann. Das verdeutlicht noch mal, mit was man alles Energie erzeugen kann. Ist halt immer ein bissel Dreck dabei, gell? Hoppelmann, fliegen Sie! Lass uns was tun für ein gutes Ozon. Für dies gibt's ja den... Höchkosprung! Höchkosprung! Gibt's die Kurbank auch nicht mehr so viel an? Subvention! Subvention! Dass wir's kapieren, muss es... Reden wir! Zeugt's alle mit! Mach'ma! Profit! Und retten unsere Welt! Wenn wir sonst nichts mehr haben am Fristmas! Ja! Vorher geht's!